Sieht so aus wie ein Handy, ist aber eine versteckte Kamera, die hochauflösende Videos und Fotos aufnimmt. Egal von welcher Seite betrachtet, die Kamera ist von einem Handy nicht zu unterscheiden. An der Unterseite befindet sich der USB-Anschluss zur Datenübertragung und an der Oberseite das Kameraobjektiv. Man kann die Kamera also ganz unauffällig in der Hand halten und die Umgebung filmen. Das Bild der Kamera sieht dann zum Beispiel so aus. Ebenfalls möglich sind Fotos. Hier ein Beispielbild. Eine weitere Funktion ist die Bewegungserkennung, die automatisch etwas aufzeichnet, wenn sich etwas vor der Kamera bewegt, also zum Beispiel jetzt. Aufgenommen hat die Kamera das hier. Die Kamera im Handylook gibt es unter www.alarm.de zu kaufen.